Der Zwischenverkehr Irgendwelche Zwischenverkehr, irgendwelche Mulden, das ist der große Vorteil hier von Mannersort. Wenig Abgase, wenig Stau, sehr ruhig. Der heutige Abschlag sind 24 Bohrlöcher, mit einer Wannshöhe von 20 Meter sind ca. 20.000 Tonnen. 3. Spets. 3. Spets. 4. 3. 3. 續. Ich bin so langsam und ich habe gedacht, dass ich heute Morgen gewohnt habe. Man weiss ja, weil der Weg ist, dass ich es vergessen habe. Schau dir schön aus. Können Sie noch etwas warten? Ich gebe dann Bescheid, sonst wird es Grenze geben. Der rechts ist schlau. 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 Tschüss! Die Kleine, die Kleine, die Kleine, die Kleine. So, geht schon. So, geht schon.